Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Betriebsberater im Gespräch. Heute bei uns in der Skylounge der DFV Mediengruppe in Frankfurt zu Gast ist der Rechtsanwalt Thomas Heil von Bird and Bird, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Wir werden uns heute mit einer Frage beschäftigen, AGG, Corona, Homeoffice, Diskriminierung. Herr Kollege Heil, was tun Sie dort genau bei Bird and Bird? Ich bin Arbeitsrättspartner und bin im gesamten Bereich des Arbeitsrechts tätig. Fängt an bei sehr spannenden Themen mit Aufsichtsräten, also mit Bestimmung auf der Nebene, eher ungewöhnlich im Arbeitsrecht, bei mir aber ein großes Standbein. Beratung von Aufsichtsräten, Beratung von Unternehmen wegen ihrer Aufsichtsräte, dann aber eben die ganze Breite des Arbeitsrechts, sehr viel Tarifvertragsrecht, sehr viel Mitbestimmung auf betrieblicher Ebene, betriebliche Altersversorgung. Das sind so die großen Themen. Herr Kollege Heil, in den letzten Monaten hat Corona ja in vielen Bereichen dazu geführt, dass das wirtschaftliche Leben zum Erliegen gekommen ist. Man denkt nur beispielsweise an Gaststätten oder an Theaterbetriebe und ähnliches. Andererseits hat ja auch Corona dazu geführt, dass in vielen Bereichen eine große Beschleunigung eingetreten ist. Gilt das auch für Diskriminierung und für die allgemeine Gleichbehandlung? Ein Mandant von mir hat mal so schön gesagt, Corona ist wie ein Brandbeschleuniger. Es hat viele Themen, die eigentlich latent vorhanden waren, transparent gemacht, an die Oberfläche gebracht und eben einfach beschleunigt in der Wirkung und in der Beschäftigung. Und deswegen würde ich sagen, Diskriminierung, das kann man jetzt nicht sagen, ist beschleunigt worden, das wäre vielleicht der falsche Ausdruck. Aber wenn jemand irgendwie Karussellbremser ist, kann er nur am Karussell arbeiten. Und wenn jemand Ingenieur ist, der kann möglicherweise technische Zeichnungen auch bei mobilem Arbeiten erstellen. Ja, das ist richtig. Es gibt halt verschiedene Themen und Corona hat, da wird es interessant mit der Diskriminierung, Corona hat Auswahlentscheidungen, bringt Auswahlentscheidungen mit sich. Ja, klassischer Fall, muss ich im Büro arbeiten? Darf ich im Büro arbeiten? Ja, wer macht Kurzarbeit? Wer wird gekündigt? Das sind so die Themen. Und da gibt es natürlich immer wieder Auswahlentscheidungen, immer wenn ausgewählt wird, gibt es auch Diskriminierung. Nach welchen Kriterien entscheide ich denn als Arbeitgeber, ob jemand mobil arbeiten darf oder ob er ins Büro kommen muss? Oder umgekehrt, es gibt ja auch Mitarbeiter, die gerne ins Büro kommen. Ja, das ist, glaube ich, man muss erstmal zuerst mal unterscheiden. Auch das ist jetzt transparent geworden. Das ist ganz interessant. Es gibt eine, also bisher war es ja so, es gab Telearbeit, es gab Homeoffice, es gab mobiles Arbeiten. Jenseits der Telearbeit war nichts normiert. Seit dem 20.08. dieses Jahres gibt es von den Arbeitsschutzausschüssen beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Verlautbarung, die zum allerersten Mal sich mit dem Thema Homeoffice im Eimer Regelung beschäftigt und zum ersten Mal mobiles Arbeiten überhaupt definiert. Und das ist sehr spannend, weil bisher jetzt hatten wir nur Telearbeit, die war in § 2 Absatz 7 Arbeitsstättenverordnung geregelt und da war auch klar, was Sache war. Und bei Homeoffice war bisher immer die Frage, ist das Telearbeit oder was ist das? Und mobiles Arbeiten war gar nicht geregelt. Und jetzt hat zum ersten Mal der Gesetzgeber gesagt, oder zumindest das Ministerium hat gesagt, würde ich mal behaupten, mobiles Arbeiten ist, wenn man flexibel von irgendwo arbeiten kann. Und jetzt kommt das Spannende, Homeoffice ist mobiles Arbeiten, wenn es zeitweilig erfolgt. Und deswegen ist da was ganz Neues eingetreten. Ja, man könnte jetzt bösartig behaupten, das Ministerium wollte den Arbeitgebern helfen und vermeiden, dass die Arbeitgeber den Menschen zurzeit allen ein perfekt einrichtetes Arbeitszimmer gewähren müssen, denn sonst, das würde ja die Arbeitsstättenverordnung sagen, sondern steht drin zeitweilig, was immer zeitweilig ist. So, deswegen müssen wir ganz klar sagen, worum geht es? Geht es um Telearbeit, geht es um Homeoffice oder geht es um mobiles Arbeiten? Und dann ist natürlich die Frage genau, die Sie sagen, Auswahlentscheidung. Und da ist genau, was Sie auch sagen, es gibt Menschen, die wollen im Homeoffice arbeiten, es gibt Menschen, die wollen nicht im Homeoffice arbeiten, das gibt aber auch alle Formen dazwischen. Ja, und wir haben wirklich mit allem zu tun, dass es auch in der Tat zurzeit in den Verhandlungen mit Betriebsräten ein großes Thema ein. Auch so Fragen wie, wenn ich zurzeit nicht ins Büro darf, kriege ich eine Pauschale, weil ich zu Hause arbeiten muss. Ja, viele Menschen haben ja gar keine Wohnung, die für das Homeoffice eingestellt ist oder für das mobile Arbeiten, sondern die sitzen am Küchentisch auf irgendeinem wackeligen Hocker und das Arbeiten ist grässlich. Ja, also deswegen, und da kommen natürlich genau die Fragen hoch. Wer darf, wer darf nicht? Und da kommen wir auch durchaus in AGG-Themen. Es war in der Vergangenheit das Thema, ich kenne das Thema seit, ich würde sagen, fast zehn Jahren. Und wir haben uns immer schon mit der Frage beschäftigt, wer muss im Büro arbeiten und wer darf zu Hause bleiben? Wer kann Arbeit und Privates, ja auf Deutsch Work-Life-Balance, verbinden? Und wir haben dann ein Problem, wenn Sie plötzlich alle erziehenden Frauen, die vormittags da sind, jetzt kommt plötzlich ein erziehender Mann und möchte auch vormittags nicht kommen oder vormittags zur Arbeit kommen. Also da gibt es sehr spannende AGG-Themen, die durchaus in der Vergangenheit uns beschäftigt haben. Im Prinzip kann man jetzt sagen, zurzeit sind die Probleme ehrlicherweise in eine andere Richtung, die gehen mehr in die Frage der Risikogruppen. Das ist das, was zurzeit berührt. Dürfen die Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören, ins Büro kommen? Können sie draußen bleiben? Wie können sie ins Büro kommen? Wie kann ich die setzen? Das ist eine ganz spannende Frage. Aber da habe ich doch als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, dass jemand jetzt zu einer Risikogruppe gehört, wieder ins Großraumbüro muss. Ja, aber die Frage eins ist, was ist denn die Risikogruppe überhaupt? Ja, denn da kommen wir zum AGG, denn im AGG gibt es ja den Schutztatbestand Behinderung und der ist weiter gefasst als im Sozialgesetzbuch. Das heißt also, da haben sie das Thema, dass eventuell auch Krankheit mit eingefasst wird. Krankheit nicht wohl, so zumindest das BAG inzwischen, aber es geht eben weiter. Es geht um die Teilhabe auch am Berufsleben. So, und damit könnte es eine Behinderung sein. Und da ist doch die Frage, muss der Arbeitgeber vielleicht für Risikogruppen mehr tun, damit die ins Büro kommen? Ja, ich habe einen sehr spannenden Fall gerade gelesen, das hat jetzt mit dem Arbeitsrecht nicht so viel zu tun. Eine Dame, die wollte gerne in einen Elektronikfachmarkt gehen und die konnte aber keine Maske tragen, weil sie Atemnot darunter bekommt und nun durfte sie da nicht rein. Ja, denken Sie mal, Sie wollen Bahn fahren. Das selbe Thema wahrscheinlich auch. Wenn Sie da ohne Maske sitzen, fliegen Sie raus. Habe ich jetzt ein paar Mal ganz eindrucksvoll gesehen an irgendwelchen Bahnhöfen, dass Menschen rausgezogen wurden aus der Bahn, weil sie keine Maske getragen haben. Und es mag Menschen, es gibt Menschen definitiv, die Atemnot haben, die Asthma haben, die Allergiker sind, die einfach keine Maske tragen können. Du hast gerade das Stichwort Risiko gegeben. Risikogruppen haben wir schon angesprochen. Was machen wir denn mit Menschen, die jetzt aus Risikogebieten wiederkommen? Beispielsweise, weil sie in Urlaub waren in einem Staat, der eine hohe Corona-Befallenheit hat. Wenn der Arbeitnehmer jetzt nicht ins Büro kommen kann und seine Tätigkeit auch nicht zu Hause erledigen kann. Was machen wir mit dem? Da gibt es inzwischen relativ gute Antworten, zumindest von uns. Das Ministerium hat da alle verwirrt am Anfang, aber da ist es eigentlich rechtlich für mich inzwischen sehr klar. Wenn ich in ein Gebiet reise, was ein Risikogebiet ist, dann bin ich darin frei. Der Arbeitgeber kann keinem verbieten, hinzufahren. Und Risikogebiet heißt ja auch nur Risiko, aber nicht Verbot, dahin zu reisen. Aber ich muss dann die Konsequenzen auch selber tragen. Die sind gar nicht so schlimm. Kann ich im Homeoffice arbeiten? Muss der Arbeitgeber mir auch ermöglichen, im Homeoffice zu arbeiten? Das heißt also beispielsweise, ich reise ins Kosovo. Das ist ein klassisches Risikogebiet zurzeit und kann hinterher die 14 Tage, während ich in Quarantäne bin, auch wenn ich kein, kann ich im Homeoffice arbeiten, alles gut. Wenn ich es nicht kann, mein Risiko, dann muss ich das Risiko tragen, dass ich kein Geld kriege. Ich bin ja nicht krank, also keine Entgeltfortzahlung. Ich bin nach 6.16 BGB auch nicht vorübergehend verhindert, sondern ich bin länger verhindert. Und das Infektionsschutzgesetz greift auch nicht, weil ich mich selbst ins Risiko begeben habe. Anders sieht das aus, wenn Sie im Ausland sind. Also zum Beispiel Italien wäre momentan ganz geeignet, kein Risikogebiet. Wird auch nahezu empfohlen als Urlaubsort zurzeit. Nehmen Sie an, Sie fahren jetzt hin und Rom wird über Nacht zum Risikogebiet. Sie kommen zurück und müssen in Quarantäne. Dann sieht die Situation anders aus, das Infektionsschutzgesetz greift, weil sie kein Verschulden trifft. Spannender Zwischenfall hatten wir auch gerade. Was passiert mit den Menschen, die an dem Tag nach Mallorca fliegen, wo schon in der Presse morgens war, Mallorca wird Risikogebiet. Das sind so die spannenden Fälle. Also ich weiß, es könnte eins werden, es wird dann auch eins. Und ich muss danach zwei Wochen in Quarantäne und ich kann nicht im Homeoffice arbeiten. Also hier übrigens ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir sind der Meinung, dass zum allerersten Mal ein Arbeitnehmer wohl einen Anspruch aufs Homeoffice hat. Gibt es ja im Gesetz in Deutschland nicht, anders als in den Niederlanden. Die Grünen haben einen Gesetzentwurf Anfang des Jahres eingereicht, sonst ist da nichts passiert. Aber wenn ich in ein Risikogebiet reise oder in einem bin, was über Nacht zum Risikogebiet wird, habe ich wohl einen Anspruch auf meinen Arbeitgeber, der versuchen muss, mich zwei Wochen lang im Homeoffice zu beschäftigen, wenn nur irgendwie möglich, wenn ich in Quarantäne muss. Das ist natürlich für die Verkäuferin oder die Kellnerin schwierig. Die haben das Problem, dass sie wirklich sehr genau überlegen müssen, wo reise ich hin. Und da kommt natürlich auch genau ehrlicherweise das Thema der Diskriminierung wieder hoch. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Das trifft die Verkäuferin, die Kellnerin, aber auch den Arbeiter im Stahlberg. Es trifft den Menschen in der Härterei. Es trifft den Menschen, der wirklich vor Ort, da ist eine Arzneimittelproduktion, an der Maschine arbeiten muss, der nicht ins Homeoffice kann. Der ist zugegebenermaßen der Gekniffene, wenn wer in ein Risikogebiet reist, und es weiß, muss er hinterher das Risiko der fehlenden Endgeldfortzahlung und das Lichterhaltens von Geld in der Quarantäne tragen. Und das ist natürlich dumm, weil das häufig wahrscheinlich mit Menschen treffen wird, die ein Migrationshintergrund haben. Und damit sind wir vor dem AGG. Das sind ja auch die Menschen, die möglicherweise jetzt ihre Familie im Kosovo besuchen. Ganz genau, ganz genau das sind die. Aber da haben wir hin und her überlegt und haben gesagt, das ist nun mal leider in der Natur der Sache. Und das ist ja immer die Rechtfertigung nach dem AGG, wenn die Eigenart der Arbeitsplatzes, der Arbeit es erfordert, dass bestimmte Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden müssen. Da muss man damit umgehen. Nochmal zu einem Thema zurück, was gerade im Beginn der Corona-Krise eine besondere Rolle gespielt hat. Kurzarbeit. Also wenn ich beispielsweise meinen Laden ganz schließen muss, wie jetzt beispielsweise ein Einzelhandelsgeschäft, ist das relativ klar. Wenn ich jetzt feststelle, dass die Auftragslage zurückgeht und ich nur noch Beschäftigung für einen Teil meiner Mitarbeiter habe, muss ich ja auch eine Auswahlentscheidung treffen. Wie trifft man die denn sinnvollerweise ohne Verstoß gegen das AGG? Verstaunlicherweise ist bei dem Thema Kurzarbeit das Thema Diskriminierung bisher nicht hochgekommen bei uns. Wir haben zwar viel, viel Kurzarbeit begleitet und haben festgestellt, dass eigentlich bei keinem eine Auswahlentscheidung stattfand, die abseits der Tätigkeit war. Es war immer alles tätigkeitsbezogen, dass man wirklich rein entschieden hat in Unternehmen, ist die Tätigkeit da, ist die Arbeit da, ist die Arbeit nicht da. Ich muss es ja auch gegenüber der Agentur für Arbeit bei der Beantragung von Kurzarbeit muss ich es ja auch rechtfertigen und das muss ich ja immer aus der Arbeit heraus rechtfertigen. Deswegen, ja, und da war es eher umgekehrt herum, dass die produzierenden Unternehmen, wer produzieren konnte und produzieren durfte, der hat die Leute nicht nach Hause geschickt, sondern hat eher durchgearbeitet. Ja, und wenn ich als Pharmaunternehmen den Außendienst von der Straße nehmen muss, dann habe ich ihn ganz und ganz von der Straße genommen, weil ich die Ärzte nicht mehr besuchen konnte. Und das waren dann alle oder keine. Also insofern, da waren... Alle und keine ist auch immer eine relativ klare Entscheidung. Ja, da waren die Entscheidungen einfacher, ja. Was machen wir denn mit denen, die jetzt sich auf einen Auslandsaufenthalt vorbereitet haben, die vielleicht auch gerade als Anmelder oder Steuerberater in eine befreundete Kanzlei ins Ausland gehen, das sie jetzt nicht machen können, das aber Voraussetzung dafür ist, dass sie den nächsten Karriereschritt machen. Da sind wir ganz am Anfang der Entwicklung. Da ist noch, ich glaube, da sind wir bisher noch so weit am Anfang, dass wir noch nicht richtig absehen können, was da an Problemen auf uns zukommt. Wir werden eine Generation Corona haben. Ja, wir werden Studierende haben, die nicht ihre Auslandsaufenthalte machen können, die ihre Praktika nicht machen können. Ich kriege es mit zurzeit. Ja, ich bin ja auch Dozent an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und kriege das mit, dass die Studierenden eben nicht in ihre Auslandspraktika können, in ihre Auslandssemester können. Aber die Auswirkungen, die sehen wir noch nicht. Auch in den Unternehmen natürlich findet das nicht statt. Die Leute müssen zu Hause bleiben. Aber da habe ich bisher noch interessanterweise auch keine Fälle auf dem Tisch. Wir sehen das Thema, wir müssen es bearbeiten. Wir nehmen unsere eigenen Referendare, das haben wir ja auch bei uns, die nicht in die Wahlstation ins Ausland können, nehmen wir dann eben zu uns in die Wahlstation. Diese Themen haben wir, aber es ist mehr wirklich Selbstgelebtes, eigene Erfahrung in der eigenen Kanzlei. Ja, danke für die spannenden fachlichen Informationen. Letzte abschließende Frage. Vielleicht hatten Sie ja den Sommer über Gelegenheit, auch mal was Nicht-Fachliches zu lesen. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Ja, ich lese zurzeit wieder mit großem Vergnügen das Sacha-Kochbuch. Ich koche sehr, sehr gerne. Und das Sacha-Kochbuch ist für mich so der Inbegriff guter deutscher-österreichischer Küche und für den Herbst ist das ganz großartig. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege Hey, für die Auskünfte zur AGG-Diskriminierung und Corona. Herzlichen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse an einer weiteren Folge von Betriebsberater im Gespräch. Heute zu Gast war Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht Thomas Heil von BERT und BERT in Düsseldorf. Herzlichen Dank.